Moin 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 Hamburg der Neue Persönes Zick Zick Wir sind auf dem Weihnachtsmarkt in Hamburg Wir sind auf dem Weihnachtsmarkt in Hamburg Musik 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 Bu yıl Pazar daha az ziyaret ediliyor. Der Markt ist dieses Jahr weniger besucht. Der Markt ist dieses Jahr weniger besucht. Çok kalabalık değil. Es ist nicht sehr voll. Es ist nicht sehr voll. Havuzok ama yöschle Deel. Das Wetter ist kalt, doch es regnet nicht. Das Wetter ist kalt, doch es regnet nicht. Das Wetter ist kalt. Das Wetter ist kalt. Hier ist das Wetter. Der Markt wird auf dem Platz vor dem Rathaus aufgebaut. Der Markt wird auf dem Platz vor dem Rathaus aufgebaut. Das Karussell ist die unverzichtbare Unterhaltung für die Kinder. Das Karussell ist die unverzichtbare Unterhaltung für die Kinder. Das Karussell ist die unverzichtbare Unterhaltung für die Kinder. Das Karussell ist die unverzichtbare Unterhaltung für die Kinder. Das Karussell ist die unverzichtbare Unterhaltung für die Kinder. Ich werde einen für zu Hause mitnehmen. Ich werde einen für zu Hause mitnehmen. Das Karussell ist die unverzichtbare Unterhaltung für die Kinder. Das Karussell ist die unverzichtbare Unterhaltung für die Kinder. Das Karussell ist die unverzichtbare Unterhaltung für die Kinder. Diese Socken sind aus Wolle produziert. Moin, moin. Moin 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 Su torbası kılıfları keçeden Moin Moin Gengi com P wil participate р Genau. Ja. Okay, machen wir. Ja. Ja. Nein. Ja. Ja. Körük hoca evlernes Seramik süslär alios. Das Ehepaar kauft keramik dekorationen für ihr zuhause. Das Ehepaar kauft keramik dekorationen für ihr zuhause. Das Ehepaar kauft keramik dekorationen für ihr zuhause. Und wie das klein ist. Ich finde das so niedlich. Aber so sage ich mal preismäßig für ihr. Das ist das Richtige, weil wir schon hier gekauft haben. Goyal-Pasardaki Fiatlar biraz artmış gibi. Die Preise auf dem Markt scheinen dieses Jahr etwas gestiegen zu sein. Die Preise auf dem Markt scheinen dieses Jahr etwas gestiegen zu sein. Goyal-Pasardaki Fiatlar 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 Es ist 14.25 Uhr. Seramik Tabakların Tanesi 16 Euro. Ein Keramik Teller kostet 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 16 Euro. Die Holzkünstlerin stellt verschiedene Skulpturen her. Ein Keramik Teller kostet 16 Euro. Ein Keramik Teller kostet 16 Euro. Die Frau sucht sich den Kuchen aus, den sie kaufen wird. Moin! Ein Keramik Teller kostet 16 Euro. Ein Keramik Teller kostet 16 Euro. Ja genau. Ein Keramik Teller kostet 16 Euro. 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 Ist das auch nicht wert. Ein Keramik Teller kostet 16 Euro. Ein Keramik Teller kostet 16 Euro. Das war's für heute. Herzlichen Glückwunsch Möge unser Leben ausgefüllt voller Gesundheit, Glück, Erfolg und Freude sein. Vielen Dank für's Zuschauen.